Okay, ich bin richtig gut. Es wurde nicht die klassische KD angezeigt. Ich sehe nicht meine Tode, das ist gut. Das ist nicht ganz so demotivierend. Ach, die campen alle in der Ecke, die Wichser. Nein, oh Mann! Scheiße! Ich bin genau reingelaufen. Hier ist aber noch einer oben auf dem Dach. Hinten. Hier, hier drin ist einer. Hab ihn? Ich bin tot. Das ist nicht gut. Warte, bin ich gerade Rang 7 aufgestiegen? 7? Oh Mann, ich habe 5 Ränge gemacht in diesem einen Spiel. Ich bin mal gespannt, ob die nicht... Oh, guck mal, das ist auch ein Level 1er. Ja, nice. Oh, ne, noch nicht. Der hat sogar einen Hund dabei. Wie hat der einen Hund gekriegt? Gefunden auf otto.de. Verstehen wir schon welche? Oh nein, da kommt einer von der Seite! Okay. Boah, Alter, die... Wie lange dauert denn die Blendkanate? Die Blendkanate dauert jetzt 10 Sekunden oder so, oder noch länger. What the fuck? Ja. Ist ja widerlich. Der kam hier, genau. Ich mag's nicht, wenn Leute besser sind als ich. Kommt leider sehr häufig vor. Kommt, komm, komm, komm! Ich dachte, du... Ich hab extra deine Rücken gebeten. Hahahaha, da kam er wieder. Wo denn? Wo war der? Also, ich hab den... Ich hab den nicht gesehen. Das kann nicht wahr sein. Oh, Junge. Das kann nicht wahr sein. Ich bin so unfassbar schlecht. Scheiße. Oh Gott! Hilfe! Renn, Junge, renn! Ja, da waren Gegner im Gebäude drin. Natürlich. Ja, der bellert schon rein, ja? Nur ein bisschen. Den hab ich! Nein! Nein! Da schaut mal einmal auf die Map und rett um die Ecke und da steht einer. Wo bist du hin? Ich bin hier rein, weil... Weil hier war noch jemand drin. Hinter dir, hinter dir! Oh, loo! Hinter... Links, links, links... Der... Rutscht der da um die Ecke. Ich hab grad einen weggemacht, wär nicht geflasht, weil ich hab einfach drauf losgeballert und den hat dem Headshot gegeben. Das war cool. Wie kann der mich sehen? Gerät wird in 5 Minuten abgeschaltet. Fangen Sie, das ist grad... Denkbar ungünstig. Yeah, natürlich! Ey, ich bin hier grad gespawnt! Ach komm, also das war jetzt echt lächerlich. Weißt du, ich spawn und ich hab nicht mal die Möglichkeit zu reagieren. Ich bin schon tot, bevor ich mich überhaupt bewegen kann. Ja gut, da ist natürlich... Ich fack mich schnell wieder ab. Ach okay, alles klar. Weiß ich Bescheid. Weiter. Ich hab die Schritte hinter mir gehört. Mann! Und dann kann ich nicht zielen! Nein! Schon wieder der Typ! Das gibt's doch nicht! Da hab ich mich schon dreimal getötet! Mann! Mann! Natürlich geht der auf... Schon wieder der! Natürlich geht der auf mich! Belastend. Er ist geputzt und er ist gepisst. Nein! Ich muss nachladen! Nein! Ich hab rein weggemacht! Ja! Okay, denn. Der war cool. Aber spawnt ein Team mit, also kann der ja kein Gegner sein. Nein! Na! Schon wieder Silent Alice von hinten! Das kann nicht wahr sein! Alter! Das... Das hat locker schon sein fünfter, sechster Kill an mir, ne? Bist du denn auch immer zu dienen? Ich weiß es nicht. Ich liebe ihn. Rechts! Geht auf auf der anderen Seite durch! Jawohl! Alter! Alter Schwede! Junge, Junge, Junge! Ich bin letzter! Das war ja nicht schlecht! Wir spielen schnell los! Oh! Da kommt zwei! Oh wecker! Ja! Komm! Das ist gut! Stupid! Die Runde macht mir direkt Spaß! Nein! Schade! Ich hab seinen Namen gesehen! Ich hab einfach nur seinen Namen gesehen und runter geschossen! Nein! Okay. Was passiert hier gerade? Du kannst auch so viele Leute wegmachen, wie du willst. Du gehst um die gleiche Ecke und steht schon wieder jemand. Das ist echt krass! Da kommt unten einer! Nein! Ich muss das! Oh! 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 Nein! Spawns, ist doch schön, ich hab den Schatten gesehen. Was? Was hat er gesagt? Hat sein Schatten gesehen? Nein! Wie viel persönliche Radare hab ich jetzt eingeschaut? Na verdammt, da stand er rechts im Ecke. Ist gar nicht mehr hier, schade. Da ist zum Beispiel ein Feind in meinem Sichtfeld gespawnt, das ist okay. Das ist vollkommen okay, muss ich ehrlich sagen. Das ist erwünscht. Aber umgekehrt, das geht gar nicht. Und so sieht das jeder andere Spieler auch. Ich glaub, da geh ich mal lieber nicht raus, oder? Nee. Ah, der Sniper da hinten um die Ecke. Ach ja. Oh Gott! Scheiße, kommt der da wirklich geslide. Fuck! Das war schön. Ich versteh nicht, wie wir es schaffen. Das war schlecht. Pumpte gleich zu sein. Oh, das ist ein Weg nach... Ah! Nein, nein, nicht von hinten. Bitte nicht von hinten. Das kann man auch gut aus dem Kontext reißen. Ah, da ganz hinten. Oh Gott. Der Typ regt sich immer auf, wenn man ihn tötet. Das find ich genial. Ich liebe es. Als ob da einer in der Ecke steht. Hui, da ist er wieder! Das gibt's nicht! Mann! Man spawnt nicht wie der Jujowichser. So, ich weiß, dass du da bist. Nein! Ah, fuck, da steht er da oben. Ich muss jetzt einmal töten. Ich will wissen, was der uns da sagen hat. Bis das einmal, bis ich ihn noch töten. Ich will wissen, was er zu sagen hat. Ah, da hab ich nach oben geschaut, da hab ich nach oben geschaut Ich hör nie, was Julio sagt Also ich hör den schon, aber ich versteh ihn nicht, das ist das Problem Wie kann man denn hier sprechen? Julio, was geht? You wanna play some Minecraft?